Oh nein, Mann, Scheißspiel! Gott, es war so knapp, Mann. Ja, ich bin gerade gestorben. Und wie ihr oben vielleicht über dem Dear Diary seht, es war knapp, kann man nicht sagen, aber... Ja, knapp würde ich wirklich sagen. Gut, würde ich sagen, heute Abend machen wir einen Livestream und dann würde ich verdammt nochmal in meinem Saat klappen, auf die Fresse hauen, machen wir einen extra neuen Speicherstand für. Heute ist... Heute ist... Ja, ja. Welchen Tag haben wir heute? Samstag haben wir heute den 7.3., glaube ich. Auf jeden Fall, Leute, Samstag, so viel ist gewiss. Heute Abend 18.30 Uhr, schaut auf Twitch vorbei, wir machen heute ein paar Runden Isaac Rebirth, wollen dann mal Mom auf die Fresse hauen und natürlich auch Mom Saat. Wer weiß, vielleicht schafft man es ja sogar noch weiter, ich weiß es ganz ehrlich nicht. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung, ob es ja überhaupt noch weiter geht. No, Mom Saat. Ach, scheiß auf, wir machen einfach ein paar Runs. Kommt vorbei, ich würde mich freuen, wenn ihr da seid. Dann würde ich sagen, bis heute Abend. Tschüss. 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 Tschüss.